Never bury your enemies alive. Es gibt keine 41, die gemacht werden müssen, es sind aber 41, die herumliegen und einige davon müsst ihr auf alle Fälle mitnehmen, das heißt relativ viele, ihr seht das immer, wenn ihr die Karte öffnet, wie viele Objekte ihr bereits eingesammelt habt. Wir nehmen alles mit, also Rüstungs-Akkurates 1 und 2 zum Beispiel, hiervon brauchen wir nur eins, aber wenn wir schon alle Objekte auf der Karte machen, dann sollten wir auch wirklich alle mitnehmen. Ebenso werde ich zwischendurch einmal eine Ausrüstungskiste benutzen, um eine Ausrüstung zu wechseln, das ist eine andere Trophäe, so hier liegt übrigens der Aufsteiger, hier liegt der Aufsteiger, den habe ich schon eingesammelt, deswegen sehen wir den hier nicht, aber ja, gut mit Schüssen von mir markiert. Wie gesagt, wir werden zwischendurch einmal die Ausrüstung wechseln, denn es gibt eine Trophäe dafür, wenn wir, ja, auf jeder offenen Kampfmissionskarte auch die Ausrüstung gewechselt haben und damit ihr das nicht vergesst, habe ich das mit ins Video hineingenommen. Das war es eigentlich schon, nutzt auch immer gleich die Killstreaks, wenn er sie aufsammelt, auch das ist Pflicht, einfach alle zu benutzen, die man findet oder alle, die vorhanden sind und deswegen macht das ganz genauso, wenn man eh sowieso schon alles einsammelt. Das war es von mir, der, ja, den Rest vom Video lasse ich umkommentiert, denn ich blende hier einmal wieder die Karte ein, ich probiere das Ganze hier einmal so im Kreis um die Karte zu rennen, so dass man relativ wenig doppelt gehen muss, aber so groß sind die Karten auch nicht, dass das auch nicht weiter so wild sein sollte, denke ich an dieser Stelle. Da seht ihr, dass 29 Objekte steht, da müssen wir einsammeln, wie gesagt, wir nehmen 41 mit, also mehr als genug, wir haben also alles dabei. Ich danke fürs Vorbeisein, ich hoffe das Video hat geholfen, ich hoffe es hat gefallen, wenn Ihnen so war, denkt an den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls nicht bereits geschehen, denn richtig genau mit Log aktiv verpasse hier weiter kein neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Ich danke das Video. Ich sage bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Nähere mich einer Palette. Verstanden. Heiz ihn damit ein, 6. Greif die Helis an, 6. Conny darf nicht entkommen. Verstanden. Achtung, Conny formiert sich überall neu. Verstanden. Untertitelung des ZDF, 2020 Marschflugkörper eingesetzt. Direkter Treffer. An alle. Erster Heli erledigt. Mehrere Reconi beim Heli. Okay, kümmere mich. Bravo 6, der Parkplatz ist sicher. Weiter zum Heli. Man ist im grünen Bereich. Coni sucht immer noch. Was wollen Sie nur? Was immer Sie finden, es bleibt hier. Weiter zum nächsten Heli. 6, keine Pferde für uns sein. Was zum Teufel transportieren die dann? Irgendwas ziemlich Ernstes. Guter Schuss, 6. Feinde beim zweiten Heli haben dich noch nicht gesehen. Flack, bloß die Geize! STları vr 4. Flack, flack! W crit beholden. Ich bin der Gegenteil. Ich gehe in Asakou. Du hast ihn gesehen. Das war's für Dächer. Schicke eine Bombendrohne. Ambrost, explosive Pfeilspitzen. Ambrost, explosive Pfeilspitzen. Watcher, Bravo 7-1. Wisst ihr, was Conny transportiert? Negativ, noch keine Information. Irgendwas muss Conny inzwischen gesichert haben. Los geht's! Kunde ist der Brach? Где эта сволочь? Das hat jede Menge von. Ich brauche einen Überblick, Kate. Keine Bedrohungen, Captain. Achtung, Feinde auf dem Dach. Verstanden. Gut aufgepasst, Ghost. Ich muss einen Zugang finden. Also. Ausrüstungsvorrat. Suche nach was Brauchbarem. Ich nehme alles, was ich kann. Conny-Team, Sie drehen absolut alles auf links. Sie lassen nicht nach. Ich nehme alles auf dem Radar. Schaffee nach. Schaffee auf deinem Mitbziger. Schaffee auf der Kammer. Geht, schaffee auf. Sie gehen. Schaffee auf. Schaffee auf die Kammer. Schaffee auf. Schaffee an. Du bist in Sicherheit. Bravo, Achtung! Conny-Vögel sind mit Verstärkung im Anflug. Achtung! Drohne ist offline. Bodenluftgeschütz aufgestellt. Du bist eingekesselt, Käpt'n. Du musst da weg. Degen zeig, unser Ter-Sai. Zaubernate. Belt vigen. All right. Musik Das ist eine Palette. Das ist eine Palette in der Nähe, hol dir besser neue Ausrüstung. Das ist eine Palette. 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 Das ist eine Palette.